Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach, war ja voll Billo, ey Ich wollte gerade sagen, Alter Ich möchte mal so einen richtigen Gegner haben, hier Was ist denn da? Kein gültiges Ziel, Alter Ach, ja, der teilt hier so ein bisschen aus Und so, weißt du, hier so, zack Voll auf die Fresse Ertackrepp Oh, ne Brustplatte hat die drin Ja, Platte halt ist uninteressant, aber die Ohrringe werden was für sein So, noch einen Da passe ich mal Klavturns Tränen Sind das Ohrringe? Ja Nehme ich gerne mit 16, Alter Hier hat's noch ein Klavpanzer, wer einen braucht, hier Das wäre super, weil meine waren irgendwie mal wieder Ja Ja, ich hab schon 7 und 10 Hier Hier Jetzt hab ich 6, weißt du Hier Ja, ich komm, ja Hier Hier Guck da wieder rum Alter, die sind voll geil Ja, sag ich doch Ja, sag ich doch auch, ne Ja, schön, ne Jo, du, nee Was hab ich denn hier Hab ich denn da keine Krit plus 8 So was ist oder hoppla, das war's nicht Flugzeit plus 5 Was hab ich hier drauf Krittreffer plus 14 Dann wechsle ich die mal mit den Ringen War das denn jetzt nicht Das oder wie oder wat oder wo Ah, herrlich Und auf geht's Braucht jemand von euch noch, äh, Klavs? Ja Ja Lol, ich hab ne neue Fertigkeit, ich merk das erst jetzt Oh, verstecken Level 2 Hahaha Beruhigendes Flüstern Hatte ich schon vorher Ach, das ist ein Level Ach, erschöpfende Siegel-Explosion Gewähltes Ziel löstert Muster auf einem Ziel Bis zur Stufe Und löst seine Explosion aus Ja, wie viel Schaden möchte ich gerne wissen Sagt er mir nicht Das ist dann wieder Eine Explosion Nach einer Gravur, ne Jetzt hab ich auch voll Dann versuchen wir die doch gleich mal aus hier Die schöne Guck mal Meine hat wieder einen Elementarstein drin Was ja auch sehr wichtig ist Erschöpfende Siegel-Explosie Ach, hier ist auch noch was zum Looten Tristan, hier, Tristan Oder war da, war da Boah, der hat auch einen Endlich noch Jetzt brauch ich immer noch zwei Simon, fass Kacke Ja Und Erschöpfung der Siegel-Explosion Bam Lol, sah die geil aus Boah, die Fähigkeit sah ja episch aus Leck mich am Arsch Boah, Alter, hat die eine Minute Abklingzeit Gesundheit Oh, das ist ekelhaft, Alter Ich hab mich so zusammengerissen, ey Ich bin der Monitor vom Treibstisch geflogen Wenn du dich da abstürzt und dann niesen, muss da drückst du dich schon mal den Tisch Ja, wohl, hau zehn Okay Soll ich da trotzdem noch, ne, das ist auch nur ein Panzer drin will ich nicht mehr So So, schönes Ding hier, dann zurück, ne Jo, auf jeden Fall Wie lange sind wir denn schon? Äh, 42 Minuten Ach so, wir haben ja erst später begonnen, aber Nein Oh, schade Hab ich's nicht geschafft, ey Aber hier könnte ich nochmal versuchen Ab hier Und zack Und Jawoll Ich geb's auf Hallo Kollegen Ihr hässlichen Mumien Kann ich da das Fenster rein? Ach komm schon Irgendwie Schade Von Mabanda Ach, Mabanda Du begann Was will Weissschwinge von Mabanda Präzision Weissschwinge? Krittreffer Was bringt mir mehr? Kritt oder Präzision? Ja, einleitig Kritt Ja, ne Zack Und jetzt hauen wir das mal drauf Pass auf Mabanda Rechtsklick Und dann Hm Was hab ich denn hier? Hier hab ich schon Manastein verankert Wie sieht's bei der zweiten Waffe? Da hab ich schon zwei verankert Dann mach ich das da mal Der, der weniger hat Bezauberungshilfsobjekt Keine Ankerhilfen Na gut, verzaubern Jupp Hat sich nicht gut angehört, Simon Was? Ne Bei mir schon Der Manastein ist kaputt gegangen Ja Ist das Zufallsprinzip? Ja Ne, nicht dein Ernst Gezettet MP50 Danke Hau ich mal auf die Brustplatte drauf Das hört sich gut an 50 MP auf der Brustplatte mehr Immer her damit So Ja, da hab ich wohl den Manastein verkackt Schade Wieso ging denn das jetzt nicht? Gibt's dafür ne Erklärung? Ja, Zufall Ja, Zufall Echt? Das heißt, es funktioniert nicht immer die Verankerung? Ne Ja, das ist so Manchmal geht's und manchmal geht's eben nicht Ja, das ist ja voll assi Hör mal doch auf, Mensch Ich hör gleich auf mit dem fucking Spiel, ey Du, früher war das noch viel extremer Also Vor allem fieser, ne Jetzt ist ja einfach, ähm Was kann ich gehen wieder Gehen wieder alle weg? Ja Kannst du alle wegmachen wieder, wenn nix funktioniert? Oder gehen die einfach nicht drauf? Nein, nein, dann sind alle weg Wir stehen bei ihm gerade Weil ich auf meine Hose noch einen zweiten draufgepackt hab Wenn das schief geht, ist der andere auch zerstört Nein, bei mir Bei mir ist jetzt so gewesen, dass ich auf dem Schwert hatte ich schon einen drauf, ne? Ja Ich hab verzaubert, den ich drauf gemacht hab, der war weg und den ich hatte Oder warte mal, hat er den einfach gewechselt? Ne, ne, nicht gewechselt So, dass er den anderen zerstört hat? Oh, ne Ne, scheiße, jetzt hab ich weggerüstet Wo ist denn jetzt mein Schwert hin, da? Aber da mit den, mit den Wölkchen da Für die, äh, Waffen- oder Rüstungsverstärkung da Wo du dann links oben da die plus eins oder plus zwei oder Das hast, das ist jetzt glaube ich, äh, ein bisschen Ein bisschen vereifacht worden Also vereifacht, besser Okay, wo müssen wir nu hin? Gibt's hier noch irgendwen Verkaufsstand? Dingens? Wir müssen zu Nova's Kreuz und dann zurück zu dem, äh, bitte, Keiden-Dingens da Da waren wir noch nicht fertig Ja, da brauche ich noch Ist ja eigentlich ne, ne Low-Level-Dingens, oder? Ja, willst du passen, oder was, der Feind, der Keiden Ja, wir können ja mal Ich pass die Scheiße Es laufen, geht laufen schnell Wir können nach unten da zum Dracken-Habitat mal Gut, dann pass ich die Scheiße So, zack und tschüss Und was aber das noch überbringt Ach, da müssen wir jetzt hin zu Aerob Das ist der beim, beim D der Drachen Ne, da ist nicht Aerob Wo ist denn der? Ist der hier? Ne Warte mal, ich such mal Ah, Aerob, das ist der ganz, äh Das ist der in der Mitte In der Mitte Beim ersten verblassten Landkartenstück Ja Ach, und da, der hat, äh, drei Quests Dann, ist, steht da, stehen da noch drei andere Und eine hat's vier, der eine drei und der andere eine Was hat's vier? Guck, es ist ein Sammeln Wenn du da drüber gehst, auf der Map Dann seh ich da auch der Asclepius und der Beramones und Arkel Feißer, der Engelsinn Warte 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 Warte, kriegst du mich hoch? Äh, ich krieg sie nicht hoch Ach so Ach guck, ich schwebe Ja, ja, ich geb's auf Ich bleib, ich bleib, ich schwebe Aha landung ja du stehst wohl auf mich ja meistens immer mit beiden füßen gleichzeitig ja wenn schulgröße 47 da ist das schon ich will jetzt nicht gleich da hoch hat dann auch hier außenrum was willst du hier oben aber nix aber ich wollte einfach nichts hier gibt es nichts zu sehen was sollen wir hier festen du penner für nichts was du hast hier nichts ist ein 30er quest aber hier ist war doch vorher nicht gerade noch zum ab ich habe schuhe nach trinkwasser anstelle von suche nach trinkwasser verstanden schuhe nach trink da bei der da ist noch was nicht abzugeben ja bei mir schon ich habe nur zwei annehmen mutters andenken und eine gefährliche nacht kreatur jetzt habe ich da weitergemacht spricht mit chiro korea auch irgend so ein murmeltier eine wichtige region hat küsse gedingsen da ja hier habe ich zwei und zwar mutters andenken und eine gefährliche nacht kreatur ja das sind das sind auch einfach 30er ja da wollen wir die annehmen oder nicht und das hier ist auch eine 30er wollen wir die annehmen oder nicht Prozent die wir gehen jetzt runter mal da hat er will ich hier keine an ich nehme es keine an hier nicht ich ehemalig bekannt dass Botschaft durch jeden wo noch ach du siehst die Pfeile nicht weil die unter den Fakten zählen hier auf voll Rom ein ähnlich wenn sie es oft er wieder mal hier hier ja genau hier wunder wunderschön da kommt einer das fenster jawohl nein genau in der kurve in der kurve drin ja in der kurve drin das leckt mich äh hier war ich schon auf screen mal kann man hier sind die jeweilig auf screen da vorne ist so eine Quelle der Freude da hinten seht ihr den Brunnen da vorne da vorne ist so ein Brunnen welch im Bäckchen was der Freude? Quelle der Freude ja irgend so was ach bei dir bereitet einiges noch Freude ohja ich nehme eine Abkürzung ich gehe dann nach unten so einen kleinen Ödland Drachy so ein Nashorn Drachen ach wie süüss oh bist du putzig au ich habe meinen Finger gepikst kannst du vorne hin stehen oder in Dori und der kommt von hinten alter ja und steck dir das Horn da rein ne oh ja 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 Quelle der Freude ja den habe ich da also da war ich nämlich schon mal ja genau ich wollte den aber nicht annehmen weil ich wusste wir kommen da noch eines Tages hin also ich habe bei dir was abzugeben da hinten also ich habe hier so habe ich abgegeben ich habe hier drei Quests die ich annehmen kann nee warte mal noch mehr ja ja komm doch die nehmen wir an das sind ja 33er also den nehme ich an den da Schukurimmelbüste ne Drachenjagdschutzsuche verdächtige Peruvier das eine ist ein Sammelquest ja bei der den nehme ich nicht bei der ja den habe ich jetzt nicht genommen aber den anderen habe ich genommen oh Seerung der Wiederherstellung ok hier habe ich auch noch einen beim Schuko ja den habe ich auch genommen da ist 29 29 und den 34er den nehme ich ja 34 nimmst du warte mal bei dem Typen der am Brunnen steht ja ist heiß die anderen oben habe ich alle angenommen oben da wo Peggy jetzt steht da nur die 34er ne jo gut nur die 34er oben habe ich aber alle angenommen Aringels Licht scheint auf uns ok ne die 29er habe ich nicht genommen 32 ja geht doch ja na Leo ja da nehme ich auch nur die 33er der andere kann mich mal die andere ist eine 30er suche nach Trinkwasser also ich habe auch irgendwo mein Stolz ne hast du Suche nach Trinkwasser nicht ja ich will alle Quests machen ist mein Ziel hinein alle durchknallen äh ne das andere ist Rüstung für Pilger hast du Suche nach Trinkwasser hast du den möge Eiern euch beschützen alter da fragt er mich so einen Scheiß ne ja halt der Maul ach hier Rüstung für Pilger nö ähm den passe ich mal Rüstung für Pilger irgendwas mit äh was sagst du mit Wasser ja was das für ein äh für ein Level für die Stufe 30 suche nach Trinkwasser 30 ne sowas habe ich nicht gut dann passe ich den auch mal Jusikowski der wäre auch der müsste von woanders sein irgendwie ne der war auch bei Leone glaube ich oder war das der der den wir vorbein zählt also ich habe jetzt hier an der Seite habe ich jetzt 5 neue Quests ein Mysterien Kristall verdächtige Pretor genau Schumerurks Handel Wach Harp 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 die Greifenbedrohung genau 0 von 10 0 von 5 und Makarwan das mit Botschaft habe ich da noch drin Botschaft ja wo ist denn der keine Ahnung die andere mache ich mal kurz raus bzw. wo seid ihr da mache ich auch raus achso ich stehe immer noch da oben beim Leone achso hier ich stehe neben dir und frage wo du bist ja ja ist immer dasselbe ne ein rätselhafter Händler was ist denn das das hast du nicht ach da hinten war ja so ein Schuko ein rätselhafter Händler den hätte ich glaube ich auch noch genommen warte mal warte mal ich gucke mal ein Questfenster ein rätselhafter Händler ist 34 bei mir der unterste ah ne ja den habe ich ich habe auch Material für Streitkolben und Amphitärenstörung sowas habe ich jetzt nicht falls sie daran leiden dann ja ja ich erzähle dann was mal sonst dem Doktor ne falls das was wäre dann auch warum sind die die Kreise eigentlich orange jetzt hier hier steht ein rauen Waldladen und ich kann hier nichts verkaufen willst du mich verarschen das das ist ich Ja, woohoo!